Vergebung ist für mich etwas ganz Wichtiges, ganz Zentrales, dass Menschen in der Lage sind, einander zu verzeihen. Mischt euch ein bedeutet nicht nur sich zu äußern, sondern am Ende auch zu handeln. Also die Äußerung, die Gedanken sind natürlich der erste Schritt, aber im zweiten Schritt auch eine bestimmte Handlung zu ergreifen. Vergebung ist für mich etwas ganz Wichtiges, ganz Zentrales, dass Menschen in der Lage sind, einander zu verzeihen. Dass eben bestimmte Sachen nicht nachgetragen werden, sondern am Ende eben die Verzeihung steht und damit auch ein Punkt unter einen bestimmten Streit gesetzt wird. Also deshalb etwas ganz, ganz Wichtiges. Mischt euch ein! Das war's für mich.